Was ist härter? Fußballprofi oder Arzt werden? Oh, ey gut, mit meinen Fußballskills wäre ich eher Fußballer als Arzt geworden. Und ich glaube, es gibt mehr Fußballprofis als Erste, deswegen gehe ich mit dem Arzt. Politiker oder CEO einer Firma? Politiker ist ja leicht, ich muss einfach nur scheiße lernen. Kann ich ja auch machen, ich bin mit dem CEO. Feuerwehrmann oder Polizist? Ich denke mal, Hertha ist Polizist, weil wer weiß, wem du hinterherrennen musst. Ein Kili an dem Buffet, weißt du, das wird schon schwer. Eine Woche kein Social Media oder eine Woche keine Verkehrsmittel? Eine Woche kein Social Media, in der heutigen Day in Age schwer. Weil ich so ein guter Klimaaktivist bin, gehe ich mit einer Woche lang kein Social Media.